Hi Freunde! Heute zeigen wir dir 10 interessante und nützliche Gadgets, die dir definitiv in deinem täglichen Leben weiterhelfen werden. Zu Hause, auf der Arbeit oder auch auf Reisen. Wenn dir die Gadgets gefallen, findest du sämtliche Links in der Beschreibung unter dem Video. Und wenn du an unserem Wettbewerb teilnimmst, kannst du eine 50 Euro Amazon Geschenkkarte gewinnen. Die Details unseres Wettbewerbs erhältst du etwas später oder findest sie auch in der Beschreibung unter dem Video. Um als erster von unseren neuen Videos zu erfahren, abonniere diesen Kanal und klicke die Glocke. Stell dir vor, dass du weit weg von deinen Freunden gegangen bist und dich im Wald verlaufen hast. Doch selbst dort, wo es kein Mobilfunknetz gibt, kannst du dich ganz einfach mit deinen Freunden verbinden, wenn du dieses interessante Gerät hast. Mit GoTenner kannst du SMS oder auch deinen Standort senden, indem du dein Smartphone per Bluetooth mit dem Gerät verbindest. Der GoTenner erstellt ein autonomes Netzwerk mit anderen GoTenners. Aus dem Grund wird das Gerät auch immer paarweise verkauft. Der Aktionsradius beträgt etwa 1,5 Kilometer in der Stadt und 6,5 Kilometer im freien Feld. In einem anderen Video hatten wir dir bereits einen intelligenten Roboter-Staubsauger gezeigt, der für dich die Reinigung in deinem Haushalt übernimmt. Diesmal haben wir einen Roboter gefunden, der deine Fenster putzt. Dabei brauchst du keine Angst davor haben, dass er runterfällt und kaputt geht. Denn er ist fest mit jedem Fenster verbunden und hat auch ein Sicherheitskabel. Du musst das Gerät nur am Fenster installieren, den Knopf drücken und kannst dich um andere Dinge kümmern. Wenn das ganze Fenster sauber ist, fährt der Roboter zurück in seine Startposition und wartet auf weitere Anweisungen. Du drückst nur auf den Knopf und erhältst saubere Fenster, strahlende Glastüren und eine saubere Duschkabine. Das verdient definitiv Beachtung. Dieses Kabel kann dich ein Leben lang begleiten. Und zwar nicht nur, weil es dank starken Nylon- und Polyamidfasern sehr widerstandsfähig ist. Diese Materialien werden beim Militär oder der Raumfahrt verwendet. Nein, auch wegen der lebenslangen Garantie, die der Hersteller bietet. Aufgrund der Dichte des Materials und der Beschaffenheit widersteht das Kabel auch dem versehentlichen Verheddern. Als nächstes Objekt auf unserer Liste präsentieren wir ein großes Kissen für den ganzen Körper. Es ist als Kissen für schwangere Frauen entwickelt, aber wir sind uns sicher, dass es für jeden geeignet ist, der einfach bequem liegen will. Es umschließt deinen Körper komplett und kann in jede beliebige Form gebracht werden, ganz nach deinen Wünschen. Der Bezug kann, wie ein normaler Kissenbezug, abgenommen und gewaschen werden. Die Schaumstoffrolle Triggerpoint wird dir helfen, Schmerzen in Muskeln oder Gelenken zu reduzieren oder ermöglicht einfach eine tolle Massage. Die patentierte, mehrschichtige Oberfläche und das durchdachte Design unterscheiden Triggerpoint von anderen Schaumstoffrollen. Sie bietet eine verbesserte Lebensdauer und ein angenehmes Gefühl, fast so wie die Hände eines Masseurs. Durch den Kauf der Rolle erhältst du zusätzlichen Zugang zu einer Mediathek mit Trainingsvideos und unterschiedlichen Übungen. Möchtest du einen Regenbogen zu Hause haben? Das geht! Du musst nur diesen Kristall in Fenstern hier hängen. Wenn er direktes Sonnenlicht abbekommt, wird der Raum in den unterschiedlichsten Regenbogenfarben leuchten. Dies ist toll für deine Kinder, aber auch für deine Katze, die versuchen wird, die Sonnenstrahlen aufzufangen. Findest du es auch unbequem, Eiswürfel aus der Form zu drücken? Wir haben diese praktische Silikonbox gefunden. Sie ist sehr einfach zu benutzen und in nur wenigen Schritten kannst du damit ganze 120 Eiswürfel herstellen, die platzsparend in deinem Gefrierschrank warten und dann ganz einfach entnommen werden können. Auch kannst du eine Flasche deines Lieblingsdrinks hineinstellen, um das Getränk zu kühlen. Ziemlich cool, oder? Das nächste nützliche Gadget in unserer Liste hilft dir, andere Menschen zu warnen, wenn du schnell unterwegs bist. Zum Beispiel mit dem Skateboard oder einfach beim Laufen. Diese Handglocke wiegt weniger als 30 Gramm und funktioniert wie eine normale Fahrradklingel, kann aber auch wie ein Ring am Finger getragen werden. Der Ring ist einfach verstellbar und kann auch am Handschuh getragen werden. Nimmt deine Lesebrille viel Platz ein? Dann schau dir diese dünne, faltbare Brille an. Die Linsen bestehen aus Polycarbonat und das Gestell aus ultraflexiblem Titanium, sodass die Brille gut auf der Nase sitzt und nicht einfach herunterfallen kann. Selbst wenn du den Kopf schüttelst. Außerdem kann sie einfach zusammengefaltet, in eine Spezialhülle gepackt und mit dem Smartphone oder sogar als Schlüsselanhänger getragen werden. Das ist schon sehr modern und praktisch, oder? Beenden wir unsere heutige Auswahl mit diesem Handschuh mit eingebauter Lampe. Du kannst damit den Arbeitsbereich beleuchten und zwar mit nur einem einzelnen Druck auf den Knopf. Der Handschuh wird mit zwei AAA-Batterien betrieben und kann dank seines universellen Designs sowohl links wie auch rechts getragen werden. Warum hat vorher noch niemand an sowas gedacht? Schreibe in die Kommentare, was dir aus unserer heutigen Auswahl am besten gefallen hat und welche Gadgets für dich total nutzlos sind. Und vergiss nicht unseren Wettbewerb, bei dem du eine 50 Euro Amazon-Geschenkkarte gewinnen kannst. Details dazu findest du in der Beschreibung. Bis bald!